Axele Carolyn ist eine belgische Schauspielerin, Filmregisseurin, Filmproduzentin, Drehbuchautorin, Visagistin und Autoren. Leben Axele Carolyn begann ihre Karriere zunächst als freie Filmjournalistin und arbeitete für Online-Magazine mit Spezialisierung auf Horror und Fantastisches. Als Schauspielerin gab sie ihr Debüt 2005 in dem spanischen Horrorfilm Beneath Still Waters. Ihre erste größere Rolle übernahm Carolyn 2008 im britischen Film Doomsday Tag der Rache, bei dem sie auch dem Designer assistierte, der für die Make-up-Effekte zuständig war. 2009 und 2010 war sie in mehreren Filmen zu sehen, darunter Red Light Psychosis, Feral und hatte einen Cameo-Auftritt in The Descent 2 Die Jagd geht weiter, der jedoch in der fertigen Fassung nicht zu sehen ist. Es folgte eine Rolle in A Reckoning und Centurion neben Olga Kurilenko und Michael Fassbender. 2009 veröffentlichte sie das Kompendium Hit Lives Again, Horror Movies in the New Millennium über das Horror-Kino der ersten 2000er Jahre, versehen mit einem Vorwort von Neil Marsal und einer Einführung von Mick Gares. 2011 drehte Carolyn unter dem Titel I'm the Last Post ihren ersten Kurzfilm. Es folgten Hooked, The Halloween Kid und Aller Tomb Raider. Seit 2007 ist Carolyn mit dem britischen Filmregisseur Neil Marsal verheiratet. Das Paar lebt in London. Filmografie 2005 Beneath Still Waters 2008 Doomsday Tag der Rache 2009 The Descent 2 Die Jagd geht weiter 2010 Centurion www.omg navigation ist